Musik Ich bin immer noch am Fallen. Ich bin immer noch am Fallen. Schleige. Oh, deine Schleige. Hört mich mit der Futter an. Das ist so groß. Was sind denn hier? Pokémon? Seid ihr Pokémon-Arena oder was? Ja, seid ihr mal bloß nicht. Hör mal die Karte an. Was? Ja, verschiedene Gebiete. Mit verschiedenen... Da hab ich aber noch... So gut bin ich stehen geblieben. Ebst du noch? Wart so lange war das denn? Ich würde sagen, der Boden ist eingestürzt. Du warst zu schwer. Ich hab da vorne voll Truhen und da ist sowas gesehen. Hör die, hört mal an. Hör die, hört mal an. Ich glaub wir sind in der Hülle. Da sind gekreuzigte Skelette. Doch wir kommen hier nie wieder raus. Wer macht ein... Wer hat's? Dann hast du Besucher geschrieben? An Brief. Alleine Besucher der Hallen. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Ich bin aber ein Lesen. Ich bin aber ein Lesen. Ich bilde mich. Das ist... Das ist mir egal. Hier ist unser Eindruck. Wir verlieren mit Nein und keine zu empfehlen. Alter... Ja, oh Gott... Bist du... Ich hab keine Magik da. Kann mich nicht heilen. Alter, was macht der da? Alter, der hört gar nicht auf. Ich hab nicht so viel Manika, Alter. Weg mich, Misty. Und 102, oh Gott. Ich kann erst wieder, wenn der Tod ist. Ja, ich weiß. Irgendwie bei dir macht der das gar nicht. Ja, war krass. Ich hab's gespürt. Fein, wir können nicht entkommen. Was? Was macht die da? Äh, kann ich's machen. Echt? Willkommen im Club? Weißt du noch, damals gestern, äh, am Donnerstag, Daniel? Oh, nee, die hat so Heilkugeln, ey. Oh, glaub ich jedenfalls. Ja, die hat nicht. Da kommen Heilkugeln da, ne, pass auf. Ich glaub jedenfalls, dass das Heilkugeln sind. Also, die heißen Schmaus, also. Ich hab's dauernd ein bisschen besser. Oh, oh. Oh. Kannst du nicht steil leise leiden, ey. Kann ich zum Handeln aufschordern, wenn ich da drin bin? Ja, ganz toll. Unterbrich mich ruhig, wenn ich hier am Kämpfen bin. Ich fordere mich doch zum Duell da raus, ey. Oh, Mann. Ja, wie fühlt sich das an, Daniel? Aber am Donnerstag bei mir genauso. Ich war die ganze Zeit am Boden gekettet. Meine Seele, Daniel. Meine Seele. Boah, ich hasse das, ey. Deine Animation, Daniel. Bei mir machst du gar nichts. Du stehst da einfach nur. Und wirst die ganze Zeit zurückgeschleudert. Jetzt wirst du jetzt wieder hingegangen, aber ich stehe jetzt da mit den Händen in den Taschen, ey. Ich hasse das bei mir, ey. Warum ist die Animation bei mir so im Arsch, ey? Toll, die Hände von den Schildkall ich ja will. Ah, ha. Ja, ich habe wieder so ein Football-Spieler. Boah. Du bist tot. Ja, ich hatte keine Magik. Ich habe mich zum Heilen. Oh, der kommt mir mal neu, ey. Oh, der kommt mir mal neu, ey. Oh, der ist klar. Bist du? Ich bin tot. Ich kann mich selber wiederbeleben, ja. Ganz ruhig. Wann machst du da? Nein. Oh, in zwei Minuten läuft man kriegt das. Hmm. Ja, gut. Kurz. Jetzt. Ja, super. Okay. Wegs rein. Aber die Gegner respawnen ja nicht, also. Ist er da, wo ich runtergefallen bin? Drüben. Ich habe nicht gesehen, dass hier ein Abgrund ist, ey. Ja, super. Tietrich, ey. Jetzt wird der runtergefallen. War nichts Besonderes, ey. Oder bist du auch schon wieder? Ja, total. Mein Gott, da gibt das ein lautes Geräusch, ey. Ja. Ja. Mein Gott, der Weg ist schon wieder sie, ey. Ja, irgendwie schon, ey. Aber der, mein Fell ist hart wie Metall, ey. Ja, pass auf, weil er nicht runtergefallen ist. Ich doch nicht. Ja, endlich dritt, dass ich mal zu dir aufnehme. Wann, was lagst du denn? Das Geräusch, oder was? Ja, ich mag das Geräusch. Er hat mir voll einen gegen die, gegen die Birne gezwiebelt, ey. Boah. Ist das ein Blockversuch? War das? Der da. Ist das der Architekt? Ja, das ist Oskar, der Drache, wenn er ist dran. Oskar, der Drache. Wie Norbert, der Drache. Norbert, der norwegische Stachel. Boah, meine Kette, die tut mir Magica wiedergeben, wenn die keinen dranziehen kann. Ja. Wenn es funktioniert, dass Ranziehen, dann kriege ich Magica zurück. Aber andere war, man zieht sich zu den Gegner ran. Ja, weil voll sinnlos ist. Ich haute halt mal. Ich weiß. Was ich dir gesagt habe, wirst du verlieren. Ich sage, gut. Ich habe die Tür aufgemacht. Das ist ein langer Fall. Das war ein Autoschrein. Ich bin immer noch am Fallen. Ich auch, Alter. Oh nein, nicht da rein. Oh. Wo bist du denn da? Oh, da. Ich bin hier hinten verlandet. Das war episch. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. aber schon erledigt versuche jemand anderen wer wir schaffen denn nicht ja 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 Ich hab ein Blätter aus dem Boden Was ist das? Alter. Äh, das Alphabet? Hä? Ich war raus hier. Ja? Ich kann aber einfach einer stehen. Das kann er tanken. Ja, meine Sylargie, ich will nicht davon weglaufen. Wer brennt es? Da. Rabin. Ja, der ist nicht mehr da. Was? Der ist doch wieder da. Ich hab dich doch gerade gespüttet, Mann. Ja, jetzt kann ich zwei Leichen füllen, dann. Das geht sogar, ey. Leckt mich. Erstmal hinsetzen. Ich will auch mal zu den anderen Typen da umdrehen und den angreifen. Boah. Der wieder sich einfach nur mit dir bewegt, ey. Ach, ich muss den töten, ey. Die lieben dich einfach, Daniel. Ich hab gerade eine andere Gruppe getriggert. Hi. 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 Haha. Haha. Ah. Yeah. Fuck you. Ich bin der Waze. Mein Gott, wie die sterben, ey. Ich geh auf die Gruppe geradeaus, der Dani. Der geht einfach nach rechts, ey. Okay. Es ist jetzt ein... Gute Arbeit. Damit kann ich meine Vorgesetzten von der Bedrohung... Es ist jetzt ein... Gute Arbeit. Damit kann ich meine Vorgesetzten... Oh, geil. Wir werden mal zum Spieren, bock. Ja, eine Rauchbombe. Zeig. Benutzen. Boah, geil. Wir sind aber immer neuchter. Weiß. Bullshit. Boah, ich muss mal das Fenster aufmachen, ey. Nicht, dass dann die Ghetto-Jungs sich durch das Fenster reinschlürchen. Ja, ja. Wovor steckt er seinen Kaugummi? Wahrscheinlich in seiner Polrezent. Ja, ja. Ja, ich hab's nur so zwei schwarze Typen, die in deinem Arsch rumfüllen. Jaaa. Aaaa... Wie aaaa... Wir sind Profis, du merkst das gar nicht, Dani. Keine Angst, wir sind schon fast drin. Und der eine, der ist dann ganz besonders mültig und der steckt dann rein. Boah, alter Kamer. Jaaa... 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 Jetzt sieht er... Jaaa... Jetzt sieht er so'n scheiß Helm auf mit ner Lampe dran, die man beim Bergbauder benutzt, ey. Hallo. Jaaa... Hallo. Und man hat ihn nie wieder gesehen. Hallo. Hallo. Hallo, ey. Hallo. Hallo. Ja, der Typ hat Hallo gesagt. Wir müssen die Navigation überlassen sein. Wir müssen die Navigation überlassen sein. Jaaa...